Mit dem Zauberklang entdecken Kinder und ihre Begleitpersonen das Museum für Musikautomaten. Die Gäste bekommen einen ungestanzten Lochbandstreifen, eine Lochzange und Fragen. Die Familien machen selbstständig eine Runde durchs Museum. Der Schulklasse hingegen steht während ihrem Besuch eine Vermittlungsperson zur Verfügung. Die Kinder können experimentieren, pröbeln und vieles entdecken. So gewinnen sie spielerisch Kenntnis aus der Welt der mechanischen Musik. Hier kommt sie an. Auf der Rätselrunde begegnen die Kinder allen Antworten auf Zauberklangfragen. Diese werden auf dem Lochbandstreifen geknipst. Wenn alle Lösungen geknipst sind, erproben die Kinder auf der Spöldose, ob die Tonfolge richtig klingt. Ist die Melodie harmonisch, ertönt der gesuchte Zauberklang. slices bis zum fünf bis zum fünf bis zum Don im universo